Als erstes, es gibt keinen Königsweg für beruflichen Erfolg. Hallo, mein Name ist Adro Halski, ich mache gerade eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement in der IHK Züge und ich habe davor mein Studium abgedacht. Damals nach Abfluss meiner Schule wäre ich gerne Archäologe oder Architekt geworden, also eher ein Studienberuf. Leider muss ich sagen, dass ich nach zwölf Jahren Schule nicht mehr unbedingt bereit war, nochmal sechs Jahre weiter in eine trockene, theoretische Studienausbildung zu stecken. Ich denke, ein Studium wäre für mich nicht besser gewesen, da der zeitliche Aufwand da einfach viel höher gewesen war und ich vorher schon im Berufsleben stand. Wichtig ist, dass man für sich selbst ein Gefühl dafür bekommt, wie man denn so tickt. Und dann ist der Erfolg nicht automatisch gegeben, davor steht noch ein bisschen Arbeiten, aber dann kommt er. Das ist zwar die Erholen. Nein, das heißt, es wirdų, dass du Feuerstbensterbaut ist. Alles ist es für dich!